Echtes Chamois-Klavierleder Das Besondere ist die natürliche Gerbung des robusten Ziegenleders, ohne chemische Stoffe. Es wird nach alter Tradition mit Dorststrahlen gegerbt. Vor jedem Gebrauch das Leder mit Leitungswasser gut durchnässen, bis es sich gleichmäßig in eine dunklere Farbe verändert hat. Am besten verwenden Sie lauwarmes Wasser. Wringen Sie nun das Leder so fest aus, dass sich kein Wassertropfen mehr löst. Zug für Zug die Oberfläche reinigen, bis der strahlende Hochglanz wieder sichtbar ist. Es dürfen keine Wassertröpfchen auf der Oberfläche zurückbleiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017